Die Spiele sind immer wieder in der Schweiz. Und die sind so dermaßen heiß alle, die Spieler da drauf. Da gibt es überraschende Kone, weil Olympia ist halt, das ist ja das jede Woche irgendwo. Aber Olympia ist ja alle die Jahre. Bootsen. Irgendwann. Da darfst du nicht hingefahren. Nein, niemand da. Und rein zugeschaut. Ja, super schöne Halle. Aber es war halt super. Das war so toll. Einmal war ich in den letzten Blatt. Ja. Gleich gesagt, das 7. zählt erst. Das war so. Wohl, das geht. Jetzt zuerst. Ui, mein раз. Abzähl nicht hoch genug. Ja. Eindeutig nicht hoch. 15 Meter. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.